Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid und diesmal wird ja eine Flischkawitze unters Volk gebracht. Ich habe ja hier das Video damals gezeigt und eben dazu angekündigt, dass es einen glücklichen Gewinner geben wird und genau dieser soll jetzt ausgelost werden. Und es war eigentlich nicht schwer, ihr solltet nur das Video kommentieren und dementsprechend jeder, der seinen World of Warships Nick da postet oder auch in den Kommentar verfasst, ist dann dabei. Und ja, jetzt gucken wir uns doch mal an, wer dann da diesmal gewonnen hat. Dazu gehen wir hier auf den Random Comment Picker, Load Comments. Das dauert natürlich ein wenig, weil es sehr viele Kommentare waren. Wie ihr seht, sind es wirklich einige. 147 an der Zahl und dann Randomly Pick Winner. Und bevor ich das jetzt mache, ist es eigentlich ganz leicht, ich werde diesen World of Warships Nick an Wargaming weitergeben und die werden dann schnellstmöglich im Laufe der nächsten Woche demjenigen das Schiff in den Hafen stellen und alle anderen, ihr wisst ja, es gibt ja häufig bei mir was zu gewinnen, also von dem her nicht verzagen und aufs nächste Mal warten. Nun aber habe ich euch genug auf die Folter gespannt. Jetzt geht's los. Randomly Pick Winner. Hans Wurst. Das Schiff kenne ich schon durch einen Mod. World of Warships Nick Hansluft778. hat auch nur einen Comment gesetzt. Das ist ganz wichtig, weil natürlich auch da nur ein einziges Comment zählt, wenn es mehrere gewesen wären. Hätte es einen anderen Gewinner gegeben. Aber an dieser Stelle Hans Wurst. Glückwunsch zum Schiff. Ich hoffe, du freust dich. Allen anderen, wie gesagt, beim nächsten Mal drücke ich euch auch die Daumen. Aber Hans Wurst, jetzt hier der verdiente Gewinner. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba. Bis zum nächsten Mal.